Hallo, diesmal bin ich mal wieder in Neuseeland unterwegs, zum fünften Mal, habe mir nur die Nordinsel vorgenommen und bin von Auckland erst mal hoch in Nordland, hoch nach Kataya, Tour nach Cape Ranker, rüber zur Bay of Islands, dann mit dem Bus runter nach Rotorua und rüber zur East Cape, sehr schöne Strände da, also wunderbar, schön Backpacker da gehabt, bin auch länger geblieben, obwohl ich eigentlich wollte weiterzufahren, dann bin ich nach Gisborne, runter nach Napier, Wellington, die Ringtour da gemacht und dann wieder die Küste hoch nach New Plymouth, rund um Mount Egmont, herrliche Aussicht, super Wetter gehabt, hat diesmal wieder alles geklappt, obwohl am Anfang hatte ich etwas Schwierigkeiten mit dem Fahrrad, paar Schrauben locker, aber konnten sie hier alles reparieren und geht wunderbar vorwärts, also für Fahrradfahrer wirklich zu empfehlen, kann ich nur sagen, kommt her, seht es euch an, wunderbar, ja, das war's . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020